50 tage 50 videos immer um 15 uhr das ist mein 50.000 abonnenten special an euch da draußen und heute hypermotard 1000 km fazit das und mehr nach dem intro meine freunde heute bin ich auf dem rückweg mit der ducati hypermotard ich muss sie leider abgeben 1600 kilometer bin ich mir fahren holy crap war das eine coole zeit kalte kuchel wild alpen greint im bach polizeikontrollen autobahnstrecke und wieder retour viele viele kilometer viele tank füllungen aber dabei kann man schauen ich glaube fünf liter brauche ich auf 5,6 aktuell war ein bisschen gerast sind aber normalerweise so um die fünf liter kann man das eisen fahren für die vollkommen okay ja die tankgröße für mich komplett ausreichend man kommt so ein bisschen weiter als 200 kilometer für die normale tour reicht aus einmal tanken und die sache hat sich dann wieder erledigt aber das was mich auf den 1000 kilometer am meisten beschäftigt hat war eigentlich der motor also sorry dass ich jetzt nicht auf dieses thema optik blablabla als erstes eingehe aber das thema motor hat mich am meisten beschäftigt und die frage ist ein zweizylinder eine supermoto oder kann ein zweizylinder in einer supermoto funktionieren und ich muss zu meiner persönlichen verwunderung sagen ja und es passt sogar unglaublich gut es passt so unglaublich gut dass ich jedem supermoto im fahrer empfehle der nur auf der straße unterwegs ist sich die ducati hyper motor hat mal anzusehen weil das aggregat einfach so souverän funktioniert in den unteren touren also alles unter 3000 euro schmeißt das motorrad in die ecke und lasst dort liegen da braucht man es aber ab 3000 in dem bereich wo ich immer fahrers motorrad habe ich 80 prozent des drehmoments und mein gott 200 kilo so arg am beschleunigen so viel freude und das tolle ist scharf angebremst mit der doppelbremsscheibenanlage von brembo vorne vor jeder kurve zack dankert weiter zu wow 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 die technik hier ist so ausgereift und so funktionsfähig dass ich sage warum nicht gleich so warum habe ich so lange gewartet mit diesem test das ist ja ein ganz großes highlight für mich gewesen eben durch die engen kurven durch die weiten kurven überall performance gut bei den super motors die ich bis jetzt gefahren bin die sind hauptsächlich in engen kurven gut performt auf der langen kurve sind sie dann oftmals verhungert und das habe ich mit 114 ps und 96 newtonmeter eben nicht dass sie verhungern und das ist das geile gerade in gruppen wo auch mal andere fahrer sportler fahrer touren fahrer alles mit fährt die einfach auf der langen kurve im vorteil sind schaffe ich es mit diesem bike hinterher ja und wie sieht es dann in der engen kurve aus wenn es auf der langen kurve super funktioniert hat es da schwächen ich habe es für euch getestet und ich würde sagen sie ist nah dran an einer leichteren supermoto der hypersensible lenker der vom sehr steilen lenkkopfwinkel kommt macht seinen job gut der arbeitet auch gut in der engeren kurve aber man merkt halt dann schon ein bisschen dass sie etwas träger ist als im vergleich dazu eben eine leichter war aber nie das große problem weil es eben auf den anderen distanzen auf der graden und überall sonst auf der straße auf der normalen landstraße wo wir tagtäglich uns bewegen besser funktioniert als diese klassischen supermoto und ich spreche bitte nicht von zwei takt an oder von 100 kilo supermoto sondern ich spreche von den normalen straßen zugelassenen drei andere modelle dies aktueller markt gibt und ja da funktioniert ja nach 1000 kilometer muss ich sagen vom fahrwerk her würde ich mir noch etwas härter stellen wenn ich das motorrad jetzt länger fahren würde aber ich hatte eben jetzt nur zehn tage und da würde ich ein bisschen weicher stellen schon ja aber so für den normalen alltag war es einfach so komfortabel ob man jetzt ebenso moto gp mit abonnenten runter gefahren sind da übrigens großen dank an alle die mitgemacht auf instagram beim gewinnspiel und vor allem an die jungs die mit mir gemeinsam von linz weg nach spielberg gefahren sind es war so eine coole truppe es hat viel viel freude gemacht mit euch und ja springen wir weiter ich glaube ich habe noch nie ein test motorrad so viel geschutet wie die hyper mut hat weil es erstens zehn tage hatte und trotz schlechten wetter konnte ich einfach nicht weg von ihr ich bin so oft eingeregnet worden mit dem motorrad aber ich konnte einfach nicht weg ich konnte einfach ich musste das motorrad bewegen es halb nichts ich war so süchtig jetzt danach und ich frage mich wie ich ohne sich klarkommen soll und das lustige ist ich habe auch den schules flocks dabei gehabt der ist ja auch ein absoluter super moto brenner und hat viel freude im einrad betrieb seines motorrad und leute 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 der junge ist auch so fasziniert schon davon der schaut jetzt nur noch in den gebrauchten markt und schaut aber nicht gebrauchte findet der sich zulegen kann und das fand ich halt mega lustig weil es aber so ja er der der von dem monat noch gesagt hat dass der zweizel in einer katastrophe ist in einer super motor ist jetzt so oh mein gott ich will dieses ding haben und das glaube ich beschreibt auch meinen gemützustand am besten ich bin halt auch so ich will dieses ding haben ich finde es einfach nur geil das fährt sich fantastisch und macht genau das was ich mir von einem motorrad erwartet von den negativen dingen glaube ich dass nicht der preis das negativste ist also sie kostet rund 15.000 euro ich finde das komplett ok für ein motorrad 15.000 euro zu verlangen was ein ordentliches display was ein volleinstellbares fahrwerk hat und was eben auch in der form verarbeitet wurde wie die ducati wo ich aber schon etwas vermutlich als größten kritikpunkt sehen würde für viele leute wird das motorrad zu hoch sein gerade die sp version ist noch mal höher als die normale version die ich jetzt hier fahre ich weiß leider gerade aus wie viel meter die noch höher ist aber dies noch mal ordentlich höher und da werden die meisten schwierigkeiten ich bin mein 183 182 184 was auch immer passt super drauf und habe gar kein problem ich habe lange füße und relativ kurzen oberkörper und das passt mit kleineren körper maß wirst ein bisschen schwierigkeiten haben aber da empfehle ich dir einfach geht zum ducati händler zum beispiel zu ducati wien zum ebner sagt du bist von tomtour und sitze ich auf die ducatis drauf und probiere sie aus ich glaube das ist der haupt tipp den ich euch gerne geben möchte probiert aus und vor allem leiht euch auch mal eine ducati hyper motorrad aus für eine rundfahrt um sie zu testen um herauszufinden ob vielleicht eure einzylinder supermoto nicht hundertprozentig das ist was er sucht sondern dieses teil eher was für euch wenn euch dieses video gefallen hat und ihr mehr von der hyper motorrad sehen wollt und vielleicht auch die sp sehen wollt dann vergesst nicht diesen kanal kostenlos zu abonnieren und dieses video positiv bewerten damit ich sehe dass er mehr hyper motorrad haben mein name ist tom danke fürs zusehen hau da rein und wird euch